Moin Pamarillos, mein Name ist Sonic und ich heiße euch herzlich willkommen auf Rapsplay. Wir spielen Chastisement und zwar im Jungle. Ich will die Alte mal im Jungle spielen, deswegen nehmen wir einen Sauger mit. Wir sind ja hier für alles gerüstet. Da fliegt ihre Windel, guck mal. Da hängt immer so Klopapier noch an der Hose. Was kill ich denn jetzt? Am besten einmal die Q, dann kann ich hier direkt so rumjungeln. So. Ja, die Alte, also ich bin echt nicht so zufrieden mit der Tussi, muss ich sagen. Ich finde die jetzt so lala, aber ich habe sie noch neben im Jungle gespielt, das werde ich jetzt einfach mal probieren. Also für mich ist die Alte nix, so momentan, nach den Spielen. Ich hatte, mein Bestes war 18.8, was ich mit ihr gerobbt habe. War das das, wo du auf der Offline gespielt hattest? Ja, genau. Da hatte ich mal 18.8 gespielt, aber da habe ich mit Banana und Dimo in einem Team gespielt und das war halt so Holz-Elo-Niveau. Und deswegen, das war halt dann schon, ja, dann zählt er nicht. Aber jetzt spielen wir ja hier so Premade und deswegen werde ich wahrscheinlich wieder, ich werde probieren nicht zu feeden, okay? Mehr kann ich euch nicht versprechen. Grünter, letzte Worte. Ja, mehr kann ich euch jetzt hier nicht versprechen. So, jetzt werden wir übrigens einen weggejungelt hier. Oh lol. Schlage ich sogar einmal daneben. Last-Hitten mit dem Hobbit, das ist so viel angenehmer als mit dem scheiß Gideon. Ja, das stimmt, ey, das stimmt. Jetzt klickst du drauf, ins ist eigentlich schon der Last-Hit passiert. Ja. Brauchen Schutz-Totems? Ja, ich meine mich, aber... Achso. Er hat ja links, hat er ja schon mal einen stehen hinten, dass wir nicht gegankt werden können, aber... Oh. Ähm. Ja, gespannt, ob ihr Mörder überhaupt kann. Ich hab keinen Mörder. Was soll doch vor? Dann lasst euch nicht quieseln, ihr Bobs. Wollen wir mal gucken, wie er als Addys gespielt, ne? Ja, ich bin mal gespannt. Ne, letzte Mal hat er mal Twin gespielt, das war, glaube ich, nicht so gut. War gar nicht mal so gut. Ja, aber heute hat er auch Kalari gespielt und da hat er ein bisschen gefailt. Also für seine Verhältnisse gefailt, ich glaube, neutral hat er gehabt. Aber das Ding war, Ritza hatte ein Disconnect und, äh, ja. War schon ein bisschen blöd. Zugegeben, ich hatte kein Disconnect, mein PC ist halt zweimal abgebrocht. Hashtag neuer PC. Aber jetzt geht's, jetzt wo du dein Gehäuse auf hast, geht's, ne? Naja, ich hab jetzt nochmal einen Lüfter extra noch reingebaut, einen zweiten. Hier ist echt kalt an den Beinen, muss ich ganz ehrlich sagen, also... Ich hab so einen riesen Lüfter auf meinem Prozessor, Alter, der macht irgendwie 50% des PCs aus. Ja, wie gesagt, ne, dadurch, dass ich ja jetzt, ähm, in Zukunft ein bisschen mehr Geld übrig haben werde... Ja, du hast immer noch nicht gesagt, welches Hobby du aufgegeben hast. Ja, ich, äh... Zeichnest du auf? Ja. Ja, dann nicht. Ah, ja, okay. Es ist nicht jugendfrei, deswegen... Nein. Äh, nee, da werd ich halt mal gucken, ne? Also da ging halt auch so pro Monat zwei bis dreihundert Euro drauf dafür, ne? Ah, ja, okay. What? Was hab ich denn für'n Hobby gehabt, Alter? Prostitution. Rückenprellen, oder was? Er war Stricherjunge. Was? Wieso ist der Grugs von denen unsichtbar? Weil er's kann. Kann man doch ansagen, dass ein Unsichtbarbar fehlt. Ne, ich hab doch immer gerne einen geraucht, so, ne? Und, äh... Ja, ja, wir wissen ja schon alle, was du gemeint hast. Ja, okay, und, äh... Das hab ich jetzt erstmal nachgelassen, so, weil, äh, a, bist zu teuer, so, ne? Und gibt halt andere Sachen, über die ich mich mal kümmern möchte, halt, ne? Aber jetzt, nächsten Monat, kauf ich mir ne vernünftige SSD, so, und, diesmal, und dann dasmal. Und vor allen Dingen, würd ich ja, äh, Mitte des Jahres mit meiner Freundin dann in ne andere Wohnung ziehen. Ah, ist immer teuer, ey, ich hasse das. Hab ich auch gehabt, wo ich mit meiner Freundin zusammengezogen bin. Frauen allgemein sind teuer. Ja, stimmt, allerdings. Wohl meine geht eigentlich, ey. Gucken, ich komm mal auf die linke Seite, vielleicht. Ja, Sonic. Meine Freundin ist günstig im Unterhalt. Ja, Sonic ist weg, Tipeet. Ja, ich bin weg, Tipeet. Allein schon deine Freundin ist günstig, ey. Günstig im Unterhalt, hab ich gesagt. Ja, besser als billig. Ja, muss ich auch was sagen. Günstig ist gut, billig ist schlecht. Ach, richtig. Oh, scheiße. Aber ich mag das irgendwie mit, äh, hier mit der Tussi, mit der, wie heißt es, Sirith, zu schlagen irgendwie. Der Sound ist so cool, da, so, so, so ein weiches Gekloppe irgendwie. Keine Ahnung. Ein weiches Gekloppe. Ja, ich weiß nicht, irgendwie ist das so ein cooler Sound und das ist so, keine Ahnung, irgendwie cool. So, aber als Jungler, also junglen, klappt eigentlich relativ gut momentan mit dir. Ja, der Punkt ist, die kann halt großartig jetzt nicht harassed werden oder so. Ja, ich hab auch, äh, ich skil mein Slow, die Q skil ich nur einmal am Anfang, weil die wird ja eh nicht mehr stärker. Und dann skil ich alles E und Rechtsklick. Ist ja dann schon eine Neisigkeit. Ja, komm, das bringt's jetzt nicht. Also, ist jetzt auch nicht so Mana-intensiv, immer die Q zu machen, finde ich. Ja, deswegen, generell Mana verbrauchst du nicht so viel, also, es ist echt chillig mit dir eigentlich. Boah, Token, Dive, on my way, aber ich brauch noch fünf Jahre, bis ich dort bin. Okay, die Boxen noch ein bisschen weg. Ja, aber ich weiß nicht, ob sie wissen, dass ich komme, aber ich bin auf dem Weg. Von hinten, aber die wissen, dass ich da bin. Haben die ein Ward? Yep. Oh, jetzt lässt er sich noch quieseln. LOL! Ja. Schön reingenockt in den Tower vom Steel. Scheiße. Alter. Die haben da Ward, Sonic. Wissen, dass du kommst. Aha. LOL. Ist der doof? Mach den Steel auch noch. Nein. Nicht ganz getroffen. Steht noch. Ah. Äh, let's go. Eih. Ich bin auf dem Weg, aber ich weiß nicht, ob ich rechtzeitig da bin. Lauf Richtung Mitte, ich bin gleich dort. Nein. I want to run away. Nicht blocken, nicht blocken, wie du blockst mich jetzt, Alter. Hau ab, hau ab. Verrückter. Alter, Alter, ich wusste, dass du dich jetzt direkt an die Ecke stellst. Natürlich. Alter. Lass mich durch, ich bin Arzt. Verrückter Quiesler, ey. Egal, einen habe ich gequieselt. Den linken Buff wurde genommen, ich weiß nicht genau, was es war. Ich glaube, rot. Ich habe den rechten. Die sollten echt für die Buffs einen scheiß Farbblinden-Modus einfügen. Ja. Ist doch ein Buff, oder? Schön. Ich sehe, dass da ein Buff ist, aber zum Beispiel zwischen dem Blauen und dem Lila, dann erkenne ich keinen Unterschied. Hä? Was? Ich bin Farbblinden, aber was erwartet ihr? Ehrlich? Ja. Ich fühle mich ja kein Wunder, dass du so schlecht spielst. Ey, ich brauche doch keine Farben zu sehen hier im Spiel. Wie? Klar. Zwischen dem Rot von den Gegnern und dem Blau von uns kann ich unterscheiden. Ah ja, das geht auf einmal, oder was? Ja, es ist nur eine Farbdivergenz-Schwäche, keine hundertprozentige Farbblindheit. Ja, ja, ja. Du mich auch. Der Schörer kommt links. Dann tauschen. Oh, ich freue mich jetzt schon auf den Thor-Film, der dieses Jahr rauskommt, Mann. Auf den was? Ja, Mann. Ragnarok. Wo er mit Hulk zusammen die Welt aufräumt. Oh, nice. Was ging gegen die Kämpfe? Ja, ich weiß. Ich bin auf dem Weg links mal. Geil, gibt es schon einen Trailer? Hab ich noch gar nicht gesehen. Nee, noch gibt es keinen. Oh, ich fand Hulk war ja bei Avengers immer so lustig. Da kommen ja jetzt drei Filme raus von dieses Jahr von denen. Alter. Ja, Guardians kommt, ne? Guardians, Volume 2, Hulk und Spider-Man Homecoming. Geil. Ja, Hulk in Form von Thor-Mitter. Okay, egal, Hauptsache Hulk. Der war immer am lustigsten, ey. Ich wollte gerade sagen, eigentlich... Die haben die Warded im Jungle zur linken Seite. Die letzten Hulk-Filme waren ja nicht so gut, sag ich mal. Nee, die, also die... Ja, nur wo er halt einen Gastauftritt hatte bei Avengers, wie gesagt. Da fand ich ihn cool, aber... Ja, Mark Ruffalo macht das auch echt gut, ne? Also... Äh, hier kommt ein Gideon rein. Hier kommt ein Gideon rein. Okay. Ähm, wer ist denn jetzt diesmal der Spider-Man? Ist das der von den Avengers 2 jetzt, oder? Ja. Ja. Ah, okay, cool. War das... Nee, von Captain America war das doch. Ich fand den so anstrengend. Ich fand den so anstrengend, den kleinen. Ach, shit. Aber es war Captain America, Ritze. Ah ja, Captain America, genau, genau. Richtig, Captain America Civil War. Stimmt, stimmt. Das war das. Ich hab übrigens gerade mal ne Ulti verkackt. Ich hab jetzt gerade aus Versehen nicht die Ulti geskillt. Äh... Äh... Ich muss mich mit angreifen. Pass auf da, Sorrow. Lass die... Äh... Wir haben hier ein Ward. Weiß nicht, wo Grogs ist. Ja, die D-Warden wie Behinderte. Oh. Äh, Grogs bauen sie im Jungle. Rechts oder links? Oh, Token, Alter. Was geht denn bei dir ab? Token Greedy. Ja, keine Ahnung. Ich dachte, der Dings kommt mit. Aber er kommt ja nie mit. Hä, wo soll er hin mitkommen? Pass auf, hinter euch ist noch der Murdoch. Ja, scheiße. Kannst du ihn rauskicken irgendwie? Jo. Ich hab ihn jetzt zwar nicht rausgekickt, aber das ging auch. Kannst du es slowen? Nee, ich treff nicht. Was ist denn das hier? Das ist der Gideon. Er hat plötzlich aufgetaucht. Alter. Ich bin tot. Hier ist Krux hier. Ich bin tot. Countess! F**k me! Okay, ich bin tot. Alter, wo kamen die denn her? Äh, aus dem Jungle. Enemy Triple Kill. Ja, GG. Oh man. Well, das ist schnell. Ah, der Ziel ist die ganze Zeit vor und zurück. Vor und zurück. Und dann. Warum macht man es? Meine E kam nicht raus. Also die Reichweite hat nicht gestimmt. Vielleicht solltest du da wegritze. Na ja. Auch schon mal. And it's gone. Ich geh wieder djungeln jetzt. Ich finde ja das Design und so von ihr ist halt ganz geil. Das einzige was mich halt stört ist, dass die halt squishy as hell ist. Das finde ich... Ist halt ein ADC. Ja, das ist so der größte Knackpunkt bei ihr. Sonst ist sie ja echt cool irgendwie so. Aber ein anderer ADC macht halt viel mehr Schaden als die. Eigentlich nicht wirklich. Nur der Punkt ist, beim anderen ADC kannst du halt sicher stehen. Ja. Ja. Wohl das was sie jetzt halt gepostet haben im Epigame Launcher. Diesen Leitfaden von Parag... äh zu Siref. Finde ich ganz gut eigentlich. Geschrieben. Okay. Okay. Ja, passt auf, ein Grugs kommt von hinten. Wollte von hinten kommen. Ja, die Legs haben übrigens nachgelassen, ne? Fällt mir mal so ein bisschen auf, ne? Ja, seit dem neuesten Patch. Ich bin auch hier Leute, wenn ihr da quieseln wollt. Oh fuck, hier ist der Grugs. Oh. Wollen wir da was... Ja, ich bin... Ich war hier schon dran. Oh, Stil. Schön. Wo ist der? Geht ihn? Doch, fick dich doch. Ich springe da hoch, er schubst mich direkt wieder runter. Ist der gestorben? Ja, ja. Geht ihn und ist down. Ah, das ist ne Countesse, ey. Ich geh schon mal wieder weg. Ja, ich verteidige bitte. Na, es sind zwei gequieselt worden. Schöne Sache. Jo, passt doch. Irrp. Ich liebe es einfach mit Gid, äh, mit Howitzer. Wenn Gideon seine Ulti zündet, meine Ulti drauf zu quetschen. Ja, ja, das ist geil. Du kannst einfach jedes Mal den Schaden, ey. Das ist geil, ey. Vor allem, wenn du, während du fliegst, äh, schön seitlich davon bist, kriegst du ja auch keine, äh, kein Schaden von seiner Ult. Richtig. Und vor allem, du bist ja dann oberhalb von ihm. Das heißt, deine Kuh kannst du halt genau auf seinen Kopf ziehen. Hashtag Headshot. Hashtag. Hashtag Hashtag. Lullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullull 2, 2, Scheiße. Oh, Token kriegt aufs Quizzebrett. Ja, ich bin auf dem Weg links mal. Gideon kommt dazu, pass auf. Du kannst ruhig auch junglen. Witzel? Ja, war's gerade hier, ne? Ist ja dein Ding dann. Oh, lauf weiter, lauf weiter, lauf! Ah, ah, Countess hat ihn. Du hast ne Tor nicht auf ihn geschossen. Weil du dumm bist. Oh, der kommt weg, haben wir ne Gideon... Ah, ne, ne, nicht mehr nicht Gideon. Mordok ist gleich im Leben. Ja, aber... Jetzt wär er am Leben. Ich glaub nicht, dass sich der Penner nochmal zeigt. Wuiuiuiuiui! Oh, fuck, der Tower in der Mitte? Boah, ich zucke also hart. Das stimmt allerdings. Boah, ich bin grad links am drücken. Ja. So. Mmh. Der Dax kommt links. Ne, er ist Mitte wieder noch. Dann drück ich weiter. Kann dich weitermachen. Kein Mana mehr haben. Bei mir fällt, oder? Weiß nicht, ob er fällt. Ja. Oh, fuck, der Tower, Leute. Ja, ich habe keinen Mana jetzt, großartig. Ah, Krampi war doch gerade in der Mitte. Ja, Krampi rennt nach links. Ja, geil. So, ist er weg. Aber jetzt müssen wir auch links. Ich muss back, Leute. Ja, geht links, ich mache hier in der Mitte weiter. Idien und Krux sind bei mir. Okay, ich muss hier ja weg. So, pass auf, Fritze, hier sind Krux und Kidin. Der gegnerische Mörderkarte hat gerade mal... Token, wo rennst du da wieder rum? Oh, lol. Pass auf, Krux, neben dir. Oh. Okay, ich bin raus. Tschüss. Oh, schade. Der rechte Tower kriegt aufs Fressbrett. Brauche ich ein bisschen mehr Lifestyle, ey. Das ist so scheiße. Ich nehme mehr Lifestyle mit. Du musst halt den Durstreißer mitnehmen. Egelfluch. Äh, meine ich ja Egelfluch, nicht Durchtreißer. Durch... Durchtreißer. Durchreißer, ja. Durch... Durchreißer. Wie die immer an der Kinokasse stehen. Das ist auch... Der Durchreißer. So. Lifestyle, Lifestyle! What you gonna do? What you gonna do, when it comes for you? Also... Kommen noch zwei Sekunden, ich will endlich ein fucking Ward setzen. Gideon ist bei mir auf der right lane. Gideon ist bei mir auf der right lane. DAS is left? Oh, Token? Guck. Wenn da einer reinulten, komm ich mit. werd's doch mal mit drauf. Jajaajaja. Oh, der ist schön gegriselt. Der ist mal kurz explodiert. Aber hallo Wubub Wir kommen gleich wieder Ja, was sollen wir tun, was sollen wir tun? Ich gehe junglen so lang, Greenbub holen Ich mach hier das noch Ja, ich glaube Crumpys Stil ist es eher dieses aggressive Play und nicht dieses langsam hochfarmen Ja, 80 Last Hits, ne? Ist ja auch nicht das schlechteste gerade bei Minute 18 Nö, das bestreite ich ja nicht, aber ich denke halt von seinem Spielstil Ich hab Greenbub, Leute Ich denke halt auch so, aber 80 farmen, dann wird er gleich richtig explodieren können Er braucht Hilfe, er braucht Hilfe links Ich bin rechts Aber ich bin auch rechts, deswegen sag ich euch das ja No way Ja, ich geh links, aber kaum Mana Hm Pass auf, rechts, was gibt es denn? Hier ist Gideon Ah, fuck, 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 warte, der Tower, geh nicht Ja, ich geh rechts Nicht fighten, dann da Das sind nur noch zwei Minions Oh, kommen ein bisschen mehr Minions Hilfe? Nö, ne? Auch da kommt was zu dir noch, ne? Bleib defensiv Jo Danke für den Warnung Aber Der geht glaub ich wieder weg Kann man den Gold Buff grad machen Mal schnell links in den Jungle, pass auf Token Und da Pass auf, da sind zwei Leute noch extra Ja Ja, aber sie sind weg Die ziehen sich zurück Ja, aber sie sind weg, die ziehen sich zurück Und Tess ist hier bei mir Geh back, hier sind Mist Geh back Ey, den mittleren halten die aber ganz schön Akribisch Ja, jetzt holen wir den Ja, würde ich eigentlich schon gerne haben, aber Kriegst du nicht, kriegst du nicht Ne, 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 ne Jetzt ist er weg So Wollen wir mal kurz den Jungle invaden von denen? Ja Ja, gut, da kannst du halt nichts lehräumen, der ist Wird gemacht, nachdem ist gerade 20. Minute Ja, aber Fluchtig, der da ist, da ist ja, guck mal, da ist ja ein Ja, halt die Kugel lehräumen, das mach ich als Greystone für mich gerne meistens Könnt ihr mir jemand hier enthelfen, bitte? Ich bin, ich bin bei dir No, sorry, Alter Ja Oh, shit Gut, ich bin down Da kommt noch der Rest rein Ja, ich muss da abhauen Es war ein bisschen blöd, dass ihr da zu zweit rein seid Ja, Crumpy war auch noch da Waren wir eigentlich zu dritt Ah, ja, ich bin Sonic, du hau ab Ja Diese Dings Ach, shit, man Ah Nein, man Warum stirbt hier keiner? Countess kommt Sind die wirklich so weit diven? Der ist weg Wo ist die Countess? Weg aus dem Schock Wird schneller laufen Der ist schneller laufen Alter, er quieselt ihn Nice, good job Ich mach mal hier das Ding weg Müssen Mitte wieder machen Oh, die Warden Wo ist denn hier der Ward? Ach da Ich gehe auf rechts, ich gehe auf rechts Geht einer auf links, bitte? Äh Junge 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 Alter, die Minions Kack Teile Die Lace-Chips sind echt die Besten, ey Boah, ich liebe das Komm, ja, ja Ich bin echt so der Chips-Wish-Fan Wo ist denn? Wo wird er denn hin, Alter? Wo portet er denn hin, hier der Idiot? Keine Ahnung, geht er mal weg, da kommt noch Grugs Grugs, da kommt von rechts Lol, hier ist er, hier ist er Ich hau ab Tschüss Haben die den Murdoch? Ne Gibt's frisch, hm Und das hier, die auch die orientalische haben unter anderem Jaja, genau Hm, oriental mag ich auch ganz gerne Die sind echt geil Und die Ungarischen mag ich Und die Paprika Ne, Peperoni, Peperoni Wollen wir noch ein bisschen Stress machen? Ich bin am links drücken Ja Ja, ich komm da noch Rechts meine ich Ah ja Rugs kommt zu dir Ja, nevermind, da kommt Rugs Ich komm auch zu dir, wenn du willst, fighte Mhm Oh Ja, will nicht Ich probier mal durch den Jungle Ich probier mal durch den Jungle Ich mach auch so diese einfachen, ne Diese Salt and Pepper, oder wie sie da heißen Oh, auch geil Was auch geil ist, sind von den Naturals, die mit Rosmarin sind auch geil Ja, die hab ich gestern gegessen Das sind meine Lieblingschips Meine, meine auch, ey Ich liebe die, ey Das sind die besten Kannst du den mal aus dem Tower hüpfen? Äh, der ist da schon aus dem Tower raus, Junge Okay, ich hab den Slow verkackt Alter, ich hab noch R gedrückt Ja, pass auf, da kommt noch ein Murdoch Ja, scheiße Ja, wenn du nicht da raus beamen kannst Ja Ich hätte mein, äh, mein Knockback schon genutzt gehabt Alter, was'n das? Alter, was'n das? Oh, lol Keine Chance Gideon war das Ja, vier Leute auf einmal Tot Geh ich nochmal links Oh, wie viel hat denn der Murdoch noch? Ich kann's nicht sehen Wahrscheinlich nicht mehr viel Ne, viel kann er nicht mehr haben, der wurde noch von meiner Rakete getroffen Aber... Man sieht ihn nicht mehr, leider Ja, zieht euch zurück, Leute Die kommen jetzt durch den Fluss Token Nicht da rein Der Verrückte Der Verrückte, Alter Geht alleine gegen zwei Das ist Token Das ist Token Ich hab noch gesehen, dass ich den Dings noch hab Hör ihn noch ab Kampi, Alter Jawoll! Nice Durch den Revive, Alter Tup, 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 sowas kaufen wir als nächstes Okay, Crit Wir bauen als nächstes Crit Quit, 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 quit I quit the Crit Anderthalb Stunden, da müssen wir schon wieder arbeiten, ey Immer diese Arbeiterei, ey Nervig as fuck Aber was willst du machen? Ich, äh, geh rechts Krampi muss links Ja, Krampi geht links, okay 2-2-2 habe ich Also, ich bin noch einigermaßen zufrieden mit mir Solange ich nicht negativ spiele, finde ich Ist alles okay Ich geh mit dem Oh Alter Der Cruxinator Ist der wirklich so? Jaaa Token ist schon wieder ganz weit vorne Es ist Token, was erwartest du? Ja, komm Seite vorne Alter, wer schadet mir denn nie Ich ging meine Ulti nicht raus, nice Ich komme, ich komme, äh Ich jump hoch Oder wollte hoch, jump und verbacke im Boden Ja Ja, den Back Scheiß Passe, die sind back mittlerweile, wie Hölle Aber erst seit dem Update vor kurzem Oh fuck Du musst da weg, Alter Oh shit Da sind alle, warum wir jetzt zu dir Ich bin wieder mittendrin, was soll das da? Mittendrin stand nur dabei Komm rein hier, Token Komm rein hier, Token Achtung, Krampi ist hinter dir Also ihr könnt da vielleicht jetzt vielleicht was drehen Denkt aber nicht auf die Gideon, pass hier auf die Gideon Ich bin drehen, ich bin drehen Oh, ich will raus What the fuck Ich will raus Ich will raus Nice Good job Und da wäre gequieselt Äh Ja, Gideon ist verreckt Krampi legt Granaten zur Ulti Jawoll Ach nein Jetzt hat er mir den Kill genommen Tschüss Nice, Sonic, nice Wer sind das hier? Oh, ein Grugs, okay Ja, den könnt ihr aber theoretisch gehen Ich habe eine Ulti Ja, ich aber nicht Hier ist Countess Tot Alter, wo Countess Ich dachte, die wäre tot Ne, Countess war nicht tot Warum sagt ihr mir das nicht, dass sie nicht tot ist? Äh, Countess war noch am Leben Da wird man dir den Chip in den Mund stecken, Alter Alter So, wenn Ich brauche drei Punkte immer Okay Warte ich so lange Heiler Token ein Jetzt habe ich 3-3-3, ey Was ist denn da los? Habe ich schön den Murdoch gesnackt Aber an der Countess verreckt Ja Ja, auf die An die An die Ja, ja, an die habe ich nicht mehr gedacht Alter, vielleicht kriegen wir ein T2 Ja, beide Guck mal, guck mal die Minion Ways an Ja, geht Mitte durch Ich mache den Jungle gleich Besser wenn du pushst, Kev Jupp jupp Ah, rechts kriegen wir leider nicht Die Countess war da Schon wieder die Countess Ah, links ist Krux Ah, links ist Krux Geile Meile Rett Buff ist ab So, hallo Ibims Ich werde mir gleich schön einen Schnitzel oder auch 5 in die Pfanne hauen Einen Schnitzel oder 5? Ja, es werden eher 5 werden, ich kenne mich Gibt's, äh, gibt's auch eine Zwischenauswahl oder muss man einen 1 oder 5 nehmen? Nein, mann, es gibt nur 1 oder 5 Okay Endlich 8 Kartenpunkte für den Height Reverse, da wird auch Zeit Wer so teuer sein muss, ey, ist schlimm Ja, wenn er gut ist, wenn er so gut ist, wie ihr alle sagt Er ist ganz gut, aber du musst halt viele Sachen beachten, wenn du mit ihm spielst Du kannst nicht so viel spammen, ey Genau, du kannst nicht so viel spammen, du musst mindestens 450 Mana immer in deinem Mana Pool behalten, sonst schadet er dir umgerechnet Also sonst hast du weniger Hier ist Gideon Damage das durch Ja, da ist auch noch ein Steal hinter dir Ja, und ein Gideon Ja, ja, ich bin dann schon am Laufen, aber da kommt immer noch Ein Gideon? Oh Ja, der Snack, der sich den killdet Wer? Crumpy Oh, Crumpy Crumpy, weißt, er kommt immer nur dann rein, blastet Ja Ja Geh, geh da raus Okay, jetzt lass mal in der Mitte drücken Der Gideon ist weg Ja, ich warte noch hier auf den Buff, damit ich wieder Mana kriege Warte denn für einen Buff, wir müssen hier drücken Könnte er sich hart Dressen kannst du auf dem Klo, Alter Nein, Mann Hab Gold Will noch nicht gehen Okay, ich bin hier Invis, ich weiß nicht, ob die Ward haben Ja, wie er mich getroffen hat Nein, der Murdoch Wer sind da noch? Das sieht in mir die Tautos aus Oh, schön old Aber das war eigentlich ein Kill-Stil Aber okay So Wollen wir jetzt in der Mitte drücken Wollen wir jetzt in der Mitte drücken? Ein alter Tod, oder? Ja, wir haben keinen Mana mehr übrigens, by the way Ja Gideon ist wieder da Wenn der Mörder kommen würde, würden wir vielleicht sogar noch einen Inlep töten, oder? Ja, der ist noch jetzt da Hinter ihm, hinter ihm, hinter ihm, hinter ihm Wer ist denn das? Fakt zu spät, ich war zu spät dran Alter Ich hab nur einen Mana für eine einzige Rakete, also wenn er nah genug rankommen würde, der Penner Ja, dann gönn dir doch, der steht doch hier Ich kann ihn auch nochmal popen gleich Kommt dann, der kommt da ran Jo Wax hat den Komm Minions, Minions, Minions Kann einer tanken? Ja, hier sich Marsch von Vollfall Ja, ich, ich, ich mach Ja, warte, ne, ich mach, 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 mach Ja Okay, ich geh back Alle back Boah, ich hab 14 Kartenpunkte, oah, ich muss ausgeben Steel kommt, Steel, aber wir müssen fucking rechts Naja Ja, ich geh back base, ruste aus und dann geh ich rechts Na, wir müssen uns beeilen Ja, sonst lass mich, ich hab einen besseren Clear, glaub ich, oder? Ist egal, sonst geht einer Ach schon Du musst dich nur beeilen, irgendwie Naja, ich hab als Hobbit auch einen guten, dann geh ich links Ja, aber ich hatte jetzt nur 5, die kann ich auch gleich verteidigen, also ausgeben Ja, gönnst du dir jetzt hier Geh noch schnell in den Jungle Dann gönnst du dir die, äh Minions auf der rechten Lane Was für ein Ding? Naja, hast du schon verstanden Wo sind da Minions? Ja, gönn sich die Minions rechts, ich gönn mir die Minions im Jungle Ja, und ich links Ja, und Ja, und Noch optimal verteilt in der Mitte Ja Oh, Token geht wieder voll aufs Ganze Ich bin 5 Sekunden wie der Ulti, so schnell krieg ich mich nicht Ja, ja Und noch vier Und noch vier Letzte Worte Weißt du nicht? Einer Inhalt von 4 Sekunden, das wärs Könnt ihr irgendwo Stress machen, damit ich Oh nein Scheiße, ich hab noch 1,2 Sekunden nur noch 100 Leben, bin mal weggesprungen War mir dann doch ein bisschen kritisch Okay, dass hier ins Deal reinkommt, hab ich nicht mitbekommen Scheiße Harry Port for Feeding, ich weiß So, ich hab meinen Crit jetzt drin Aber noch kein Crit Bonus Rechts muss der, der Russe da gequieselt werden Vodka skubliert Vodka Katiten, Vodka Titen Wer hätte es nicht gern, war es Vodka Titen Alter, was stimmt bei euch nicht? Hä? Kennst du's nicht? Das war von too nah, man Nie gesehen, muss ich echt zugeben Echt? Hier, 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 hilb, hilb Ja, komm Pumpy kommt auch Aber die ersten Staffeln waren schon gut Ja Kannst du ihn slowen? Nee, wie denn? Weiß ich nicht, du hast noch slow Weiß ich nicht, du hast noch slow Ja, und dann portet der raus Lass mal, lass mal hier den, den fetten töten hier Oh, ich hab gedieren Der, der schreckt mich die ganze Zeit Der trifft nicht mehr So'n Depp Nice Alter Ich hab Q gedrückt Trumpy kommt noch Trumpy kommt LOL, wie du sie aufs der Ulti gezogen hast Ja man Ähm Du musst Krumpy helfen Ja Krumpy Wir gehen zu Krampy Ah shit Krumpy, sag mir bitte Das das jetzt nicht dein Ernst ist Was? Guck dir sein Deck an Ich kann Ich kann Das ist jetzt nicht dein Ernst, Krumpy, oder? Oh Was ist mit seinem Deck? Hunger und Klinge von Agora Du weißt schon, dass das nicht stackt Oh lol, Krumpy alter Okay, das ist scheiße Ähm, guck dir mal bitte mein neues Video an Da wird das erklärt Er ist ja nicht da, er ist nicht hier Er hört dich ja nicht Aber ich hoffe, er wird das Video gucken irgendwann Nein, ich bin down Oh fuck Oh fuck Oh fucker Alter, er ist am Dings Mach die Scheiße hier noch Alter Hast du noch deine Ulti? Ich? Ja Nice Sonst wärst du ein bisschen blöd Haha Ja, gönn dir einfach Sehr schön Oh GG Ah, Krumpy Bisschen schade Die kenn ich noch Jawoll, Alter 2,57er Crit Oh Gott Okay, Krumpy Bitte Die zwei Karten Ja, eine davon Also die Klinge von Agora muss raus Vielleicht hat er keine andere mit Lifestyle Aber er kann ja craften Können wir grad sagen Wenn dann könnte er das Blut Nicht Blutretos Brandmahl Sondern ähm Oh, wie heißt das nochmal? Brandmahl des Eisenfressers craften Ich schreib mal in die Gruppe Dann wär Crit und Lifestyle drin So Ich muss raus Ich will essen Ich hab Hunger Ich bin auch fürs Essen Jupp, ich bin auch raus Ciao, tschüss Ciao User disconnected from your channel Ich hab's ihm mal geschrieben So Ähm Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen Pamarillos Wir sehen uns in der nächsten Folge Und äh Ja Also bis dahin Stay Pam, tschüss! Anzug Bitte markiere meine Feinde Denn danach kannst du schnell das Abonnieren-Fenster einblenden Klick da drauf, dann habt ihr mich auf dem Radar Denn das ist im Battle wichtig Damit ihr nix verpasst Also tritt mir in den Arsch Damit ich Feinden in den Arsch Dreh dir schick den Kommentar Denn das heilt und es spart Leben Für mehr Energie Müsst ihr nur Daumen hoch Drücken denn mein Highscore Kann sich nicht einfach so füllen Ach du Scheiße, ich habe Verbindungspro...